Der zuerst steht, muss jeden ein Deal geben. Ich habe mir für das neue Minecraft-Update einen Reelum gekauft. Und dies ist mit ein paar Leuten angefangen zu spielen. Herzlich Willkommen zu Revenge 2. Dieses Projekt heißt nicht Revenge 2. Eigentlich hat es noch gar keinen Namen. Und hiermit wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge vom Namenlosen Minecraft SMP. Wow, yeah, oh mein Gott, namenlos. Okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Egal. Okay, Herzlich Willkommen zu Revenge 2. Yeah. Der zuerst steht, muss jeden ein Deal geben. Ich bin dran, ja. Okay, legen wir jetzt einfach los. Okay, perfekt, let's go. Hey, wo seid ihr? Ich bin hier. Ich bin schon weg. Ich würde sagen, wir sehen uns in drei Folgen wieder. Dort hinten sind Süßbeeren, ich brauche unbedingt Essen. Okay, wir brauchen unbedingt Essen. Das ist Süßbeeren, das ist Süßbeeren. Sorry. Nein, wie unfair. Sina mobbt gerade ein Kaninchen. Los Sina, du schaffst es. Ich schaffst es, schaffst. Die andere Gruppe hat schon Dias gefunden. Ich und Sina laufen gerade mit einer Goldhose herum. Connor ist dreimal gestorben, hat all sein Dach verloren. Jure. Warte mal kurz, du willst... Nein. Das ist ein Prank. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Sina, auf! Das ist nicht schlimm, Alter. Sieh hier. Tschüss, Sina. Ey. Jetzt habe ich Lust, in den Fichten zu gehen. Wenn du mir einen Zehner kriegst, dann kriegst du einen Zehner. Zehner, drück mal F3. Jure, ich habe einen Kompass. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Ja, ich brauche einen Scheiß. Ach so, du kannst dir sowas leisten. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Oh, der Knopf ist zu weit weg. Ich mache mir mal kurz einen Kompass. Ich habe mir auch einen Kompass, ich habe mich nicht geprissen. Ja, Irgendwann vorm Arsch. Äh, links. Ne, nicht links. Äh, rechts. So, Mitting. Aber die Karte sah ganz anders aus. Die Karte sah ganz anders aus. Los noches. Buenos Dias. Hoppa, wo habe ich? Shed aktiviert. Das ist wunderschön. Dankeschön. Dias. Nick, wir spielen hoffentlich auf Kartoffelfarm, oder? Spielen auf Content. Okay, Nick, wir können uns mal kurz seh... Axel! Caramba. Stopp, weg! Äh. Ah! Ich habe die Chords aufgeschrieben, wollen wir raus. Nick, wir sind Männer. Nevermind, lauf! Oh, wait, wir sind im Schwarzzeichen. Ich habe Kirschblütenbaum-Biom. Das ist der perfekte Spock. Können wir den Ort Spock nennen? Ja, also wir bauen nicht in einem Dorf, wir bauen unser eigenes Dorf. Dart. Nick. Was? Komm her, ich habe einen Anmachstuch. Hey, du. Hast du eine Kerze? Nein. Ich will... Ich will dich anzünden. Hot. Hot. Ah. Ui, das doppelt. Ach, du Heilige. Ja. Ich denke direkt an den Luxus. Da hat er einen. Hallo. Oh, name. Hallo. Ich fahr jetzt über Eis. Ich bin so heiß. Da hat er lacht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Und das Problem ist, ich wusste nicht, dass der Bus um Dinge kommt. Weil normalerweise habe ich gedacht, dass der Bus um... Mann, dass der Bus um, äh, dass der Bus um, äh... Geil, Lüge. Jetzt hat er sich um 38 erst kommt. Und wann kam die Bar? Bus. Ja, nö. Oh, da wurde schon was gebaut. Oh, scheiße. Oh, mein Gott, das ist Michael Varo. Varo. Da kommt der angelaufen. Varo, oh mein Gott, Michael Varo. Können wir in Frieden leben? So, Leute. Findet ihr meinen Skin? Warte, Nick. Ich muss mal kurz gucken. Oh, scheiße. Ach so, Nick. Alter. Ich schlag's mit dem Axel Lothl-Becher. Er schläft ein falscher Auge. Mein Gott. Sag, hab ich irgendeine Revenge? Ja. Ihr wollt mehr solchen Content? Ich werde die nächsten Videos auf meinen Onlyfans. Ich meine, auf meinen YouTube-Kanal hochladen, seien es im normalen Format oder in Shorts. Wenn ihr diese nicht verpassen und mich unterstützen möchtet, könntet ihr meinen Kanal abonnieren und dieses Video schnell liken. Bitte, bei diesem Video habe ich mir echt Mühe gegeben. Vielen Dank fürs Tursen und bis zum nächsten Mal.